Hallo? Zade? Bist du da? Das ist Maide. Warte mal kurz. Komm rein. Guten Morgen. So, ich höre. Kannst du heute zu mir ins Büro kommen? Um zwei? Wie spät ist es jetzt? Zwölf. Verspäte dich aber nicht. Es gibt Arbeit. Okay, ich komme. Hast du etwa schon wieder in deinen Klamotten geschlafen, Bruder? Ja. Also, ich höre.